So Freunde und damit Willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses mal LaraCraft and the Temple of Osiris. So neues Spiel. Ah, ich kann ihn auswählen. Aha. Du hast einfach nur Isis. Wer möchtest du sein? Ich hol... Toobrider! Oder? Willst du sie sein? Ich hol den Typchen. Ah hallo. Willst du ein Mädel sein? Nee. Ich glaub nicht. Okay, dann hol ich das. Wir hätten doch den Skin auswählen können. In der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht. Bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Seth, getötet wurde. Osiris Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück. Allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen. Horus. Als Seth hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land. Bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht aus der Duat zurückzukehren und ohne den Stab war Seth dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis ich einen Zugang entdeckte. Aber ich war nicht allein. Kater Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hier war er also. Der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Kater, warten Sie! Ha! Diesmal nicht, Krop! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Kater und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Seth standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden. Die Falle, die uns gefangen hielt, hat euch gebrandmarkt und Amit, die Fresserin der Herzen, beschworen. Sie wird aus der Erde steigen und euch finden. Und dann wird Anubis über euch richten. Nimm den Stab. Mit seiner Macht kann ich dich führen, egal wie weit weg wir sind. Schnellsterbliche, du bist hier nicht sicher. Uh! Was haben wir jetzt gemacht? Was machen wir eigentlich hier? Ja, lass mich doch los! Nein! Was hast du hier gemacht? Aaaaaaah, Feuer! Wie hau ich denn hier jetzt? Was ist das? Ich weiß auch nicht. Ich bin so fest. Ups. Hä? Äh. Bomben. Ja, aber können wir auch nicht. Gut. Ups. Wie kannst du denn schießen? Ja nicht. Mit den Waffen da unten. Du hast auch Waffen. Hab ich. Flank. Blank. Blank. Ja, das weiß ich. Das kann ich. Und Feier machen. Das Licht Osiris. Äh. War ich das? Ja. Ne. Doch. Viele Vasen enthalten schätzend bewege. Ah, warte. Oder erst mal zu zielen. Ey. Ich zieh immer auf dich. Ey. Ich zieh immer auf dich. Ich zieh immer auf dich. Soll ich jetzt zielen. Ey. Soll ich hauen oder was? RT. Alter. Ja. Was? Ich zieh immer auf dich. Was? Ah, ich weiß wie ich jetzt schieße. Ja. Was? Wie ist das? Das Mal von Seed. Er ist noch immer in der Duat gefahren. Au. Aber dennoch Macht in unserer Welt. Wir müssen diese Male zerstören, wo immer wir sie finden. Okay. Ey. Was? Paff. Paff. Scheiße. Paff. Hm. Als würde man eine Wunde ausbrennen. Gehen wir. Äh. Mal sehen. Ey. Jetzt. Mach deine Zauber-Zauber-Tricks. Was da? Nein. Überall. Ah ne. Ich muss hier auf die andere Seite. Ey. Oha. Ah. Muss da drauf schießen. Ja, gut. Ups. Ich bin gefangen. Irgendwie schieß ich da. Wenn es uns verbrennt. Aha. Oh, Feuer. Meine kleinen Götter, seid ihr endlich gekommen, um vor mir zu kriechen? Ich schuld euch Dank. Tausende von Jahren war ich in der Dunkelheit der Duat gefangen. Nein. Aber als ihr den Stab berührt habt, sang er für mich. Er führte mich hierher zurück. Damit ich mir nehmen kann, was mir gehört. Du bist ein Mörder und ein Tyrann, Seed. Wir werden Osiris rächen und dich für alle Zeit in die Duat verbanden. Haha. Natürlich. Aber während ihr in der Gefangenschaft verwendet seid, habe ich die Geheimnisse der Duat gelüftet. Ich werde in diese Welt zurückfinden. Und ihr habt mir den Weg gewiesen. Ich hole mir meinen Thron zurück. Da, Seed schickt seine Armee. Er hat den Kreisloch von Leben und Tod entweiht und diese Seelen zu seinen Sklaven gemacht. Einen Mörder? Alter! Baff, 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 baff. Warum halten die so viel aus? Mach ich überhaupt Schaden an denen? Baff, 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 baff da rüber. Oha. Kann ich schießen? Ja, warum? Das war auch nicht. Ah, der Schub ist runter. Ach, jetzt aber. Oh, ich kann mich so bewegen. Ich bin ein anderer Charakter. Wo geht's denn hier weiter? Mit deinem Seil da hoch. Achso, warte mal. Und ich? Tschüss. Ja, jetzt. Tschüss. Warte, komm mal her. Es muss einen Weg nach oben geben. Komm. Äh, hallo? Komm. Was machst du denn? Ich halte fest. Wirklich. So, guck mal. Und jetzt? Achso, du kannst mich schweben lassen. Was? Oder? Hast du das? Das? Doch. So, und jetzt? Guck. Ohi. Toll. Warte. Ohi. Stopp. So. Hilfe. Oh, Feuer. Äh. Achso. Wieder hier hoch. Wir müssen weiter. Nicht auszudenken, wenn Amit euch findet. Büss! Aha, toll. Da kommst du? Ach so. Eine Ausfallrolle? Y. Ach so. Die Fallen hier sind tödlich. Wir müssen vorsichtig sein. Sehr praktisch, diese Bomben. Haltet euch einfach von der Explosion fern. Wir müssen auch die Sachen sammeln, die da drinnen liegen. Weißt du, wofür es gut ist? Aber vielleicht kann man seine Sachen upbraten oder so. Ich kann einfach nicht schießen, weil ich bin so ein Blöder. Oh mein Gott, da kommen auch Sachen von hinten. Hilfe! Machen wir die Finger da an. Ah, okay. Das ist die erste Hilfe. Nicht so brauchbar. Dann spring! Dann spring! Also du musst rüber tanzen. Los! Tanzen rüber! Den Haken auszurüsten halte oder rw um ihn zu bringen. Zu schießen. Ziele mit. A. Du musst A drücken. A. Du musst A drücken. Du musst A drücken. Du musst A drücken. Wenn ich jetzt loslassen soll. Boah! Und jetzt? Bleib da stehen. Und dann? Da oben? Geh mal nach da oben. Ey, warte drauf! Ah! Da schießt was! Hallo, du lass hier hin! Und dann? Achso. Du darfst nur einmal A drücken, ne? Wenn du immer wieder wiederholst, A drücken, dann lässt der los. Äh, du musst schon... Wir sind zurück. Ach! So! Oh, maximale Gesundheit erhöht! Brutal! Vorsicht! Da schießt doch was! Wahrscheinlich müssen wir hier die Ausweichrunde machen. Nein! Da muss man einfach nur das denn machen. Oh, guck mal! Ich kann sogar das hier! Äh! Guck mal! Uah! Hast du das gesehen? Nö! Guck mal! Uah! Hä? Hä? Was ist das? Oh, kannst du das nicht? Okay! Bringe! Wir werden einem Charakter Effekte! Oh! Geil! Bringe! Ich auch! Nein! Ich will auch ein paar Schusswaffen! Alles gesperrt! Inventar! Oh! Wo kommen wir denn oben weiter? Zurück! Ah! Karte! Aha! Herausforderung! Bronzepunkte! Aha! Inventar! Okay! Letztlicher Eisenring! Okay! Ganz langsam und vorsichtig! Ah, warte mal! Geh da weg! Alter! Wo ist denn hier?! Wo ist denn hier?! Was machst du? Ich habe voll und frage! Jetzt werde ich mich zerstören! Woaaah! Ah, bin nicht schlecht! Oh! Ich lebe ja nicht! bin ich blöde ich bin so wie tot komplett aus dem wiederherstellen ich weiß nicht wie ich meine waffen auslusten kann erneut du hast deine waffen doch ja aber ich kann sie nicht auslusten aha jetzt wie macht man noch eine ausweichrolle ah ah äh Affe ich hab gar nichts gemacht gar nichts ja ja darf ich auch mal da rüber ja ja ah das ist Amit sie verschlingt die Seelen der Unwürdigen und das da auf euren Händen ist ihr verfluchtes Mal ja äh äh lauf oha ja super toll holl genießt eure letzten Tage auf der Flucht meine Rückkehr ist nah ja oh man wir scheinen nicht die ersten abenteuer zu sein die hier lang kommen wo ist du musst mir da so ein Helm ist du musst mir da oben hin helfen vielleicht kann man das aufsprengen nein jetzt trefft mir da oben ums falsch rei danke so warte ich mach mal ein bisschen funkelfunkel dich das ist doch einfach von hier eine vollspur kann wie 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 hin damit ich weiß wo wie wie wo 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 oben ist da einer ah du musst mir hier rauf helfen ist klar da rauf ahhh warte weißt du das nicht besser dann geh mal aus dem Weg dann geh auch mit drauf achso hui denkst du ich schaffe es darüber ja keine Ahnung ich hätte auch hier rüber kommen können wuuu alter du hast ihn wieder runter geschopft muss ich mal weg springen hehehe was wenn ich dir jetzt da runter abstürze dann müssen wir die wahrscheinlich wieder oben holen hehehe doch kannst du sie ah Lauermoil zu bauen ok Ich kann die auch ausrüsten Geie Wie wechsle ich die? Wie kann ich die jetzt benutzen? Ah, schaffe ich die schon ab? Wie schieße ich denn damit? Ah, hilf mir doch Wow Cool Habt ihr endlich viel money? Das ist richtig Oh mein Gott, die kommen immer mehr, die Viechen Ne, hat man nicht Was hat man nicht? Unendlich money Das blaue ist money und das Also Du kannst doch auch schießen Ja, aber ich konnte eine Zeit lang nicht schießen, weil ich keine money mehr habe Oh mein Gott Ist ja uncool Das sind zwei Amulette Feuerprojekte? Streuschuss Eisen nach Feuer und Eisen nach Pflege Feuerprojektile Oder Streuschuss Und mal Streuschuss Da ist sie wieder Oha Wo treffe ich den da oben? Da oben drückt man die nicht Ich hab einen schon tot So Oh Ah guck, jetzt kann ich gerade nicht schießen Oh mein Gott Oh mein Amulett hat nachgelassen Ich kann trotzdem Achso, ich möchte noch blau Aber dein blau ist doch auch noch voll Alter Wir könnten es lassen Komm schon Was? Ich lasse hochklettern Sicher? Ja Das würde ich da rechts, links hochlusten Nein Hallo, klar daher Jetzt bleib da Jetzt bleib da Komm Juhi Da hoch Ich glaube, wir sind hier entwischt Wir sollten gehen Schnell Ups Lauf Das bedeutet nichts Gutes Laufen oder schießen? Laufen Laufen Was ist das da? Sonne ist der Freien Ey, da schießt noch was Ups Ah Dreckig Ah Da war ja ein Extra-Boni gewesen Ah Mist Mist Ich habe mir schon dreimal das Bein gebrochen, aber Schnell 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 Wohin? Schnell Dämonen können sich Geduld leisten Dämonen können sich Geduld leisten Solange ihr gebranntmarkt seid, wird Amit euch jagen Lauf 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 Kleine Götter Verbringt eure letzten Stunden damit, einen toten Traum nachzujagen Aber ich werde wieder über dieses Reich herrschen Und ihr könnt mich nicht stoppen Feigling, wir werden dich aufhalten Hahahaha Versucht es doch Seeds Magie hat den Weg in den Tempel versperrt Wir müssen wieder hinein, sonst können wir ihn nicht aufhalten Und wie halten wir ihn auf? Wir brauchen Osiris Nur er kann uns helfen in den Tempel zu kommen Und nur seine Macht kann gegen Seed bestehen Bleib doch mal hier Häh? Wie lange soll ich denn das Video machen? Ich muss wissen, wo der Part hier endet. Wo ist denn hier diese Map? Keine Ahnung. Wir waren ja schon im Grab des Rauereis. Grab des Einwallermeeres. Erkundet. Und jetzt sind wir Pyramide des Osiris. Ja, ich mache hier jetzt aber Ende. Okay. Ich denke mal, dass es hier ein Speicherpunkt ist. So, Freunde, das war es mit diesem Part. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Schön.